Noch ein Stück. Sieh, schon mal durchgeschossen. Macht das Spiel! Jetzt fahren alle anderen auch an. Ihr wisst schon, dass die Kugeln irgendwo wieder runterkommen. Irgendwo in Afghanistan kommen die Kugeln auch wieder runter. Ich hab festgestellt, wenn man ihn nur an den Überzug hält, dann werden die Finger nicht so fein. Parkdecke! Go, go, go! Schau! Die Höhe, wo ich bin jetzt vorne. Da ist ungefähr die Mitte und links neben mir ist die Flagge. Rechts ist alles frei. Die sind alle nach links gelaufen von uns. Geht mal ein Teil doch da hin. Links zum Gebäude bitte. Ich versuche welche über dem Wald. Wartet mal. Das ist ein paar Fragen. Das ist ein paar Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie schaut es bei euch drüben aus? Das ist in der Mitte. 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 Das ist in der Mitte.